Er muss ja UNO drücken bei der vorletzten Karte. Wo? Bei UNO. Unten rechts erscheint dann ein UNO-Fenster. Wir hätten Einspruch erlegen müssen. Was los bei euch? Virus. Ach komm schon. Jetzt geht es aber direkt hier. Was? Nein, 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 nein. Es kam zu mir. Geht sich. Alter. Okay, das gibt Sache. Jetzt habe ich eine Farbe. Jetzt gibt es auch einen Sack. Boah, crazy. Noch, Alter. Heftig, ey. Ich wollte gerade sagen, ich gebe euch nur mal die Möglichkeit die Farbe zu wechseln. Aber ganz ehrlich, zieh einfach. Ja, weil ich die Farbe wüsste, oder? Zieh einfach. Warum? Virus hat die letzte zwei auf dich geschmissen. Das ist korrekt, aber du erstreck ich hier nach. Wer ist Virus? Und Virus kriegt auch gleich sein Fett ab, wenn ich dran bin. Ich will das mit wir aus. Boah, zum Geier brennt bei dir denn, ey. Oh, du sch... Ja, ey. Du lässt dich selber ziehen, das ist intelligent von dir. Äh... Was macht ihr hier? So, jetzt. Danke. Ich bin nur ein bisschen im Arsch, weil er jetzt... Ich habe halt jetzt eine Karte und die war gerade so schlecht. Äh... Nein, meine Karten waren nicht schlecht. Er hat nur viele gehabt. Ja. Hast du denn plus zwei? Ich hab das hier. Rot! Nimm Rot! Nimm Rot! Nimm Rot! Problem, ich sag ihr nicht legen. Ist egal. Sie muss ziehen, das reicht. Ja, was nimmst du denn von der Farbe? Blau! Motherfuck! Ja, ich will aber nicht blau haben. Och komm, nicht grün! Ey! Ey! Oh, du musst ziehen, oder? Nein, er darf farben. Ja, ja, ja! Blau bleibt. Geil. Ähm, blau? Ich muss noch eine Karte auf der Dusche ziehen. Boah, 16, 17, alter! Alter! Der erreicht doch die 20! Ja, Mann! Ey, die Karten möchte ich nicht! Wer die Karten kriegt, du back, nein! Mach auf Rot, bitte! Okay! Ist egal! Ich hab auf Rot, keine Sorge! Danke! Viel Spaß! Du bist doch ne fiese Ratte, ey! Jaaa! Ist jetzt egal! Ja, ist egal! Dankeschön! Das war nicht unbedingt klug, weil du hast noch ein Plus 2! Den schmeiß ich den jetzt drauf! Nee! Da! Viel Spaß! Wenn es weiß, ich streit, voll sicher dritter war! Ja, Rache, süß! Ja, ist unter 2! Der dritte darf nämlich jetzt aufziehen! Jetzt zieh noch ein bisschen! Mach! Ja, alles gut! Es lohnt sich jetzt wenigstens die Karten auszuspielen! Ja, mach gelb! Ach! Kann ich mich machen! Wir sind dann hier mal wünscht dir was! Ja, natürlich! Wünsch dir was! Ja, das ist jetzt random! Danke dafür! Danke! Scheiß! Ich kenn die Karten auch nicht! Boah! Oh, das ist natürlich sehr geil! Äh! What? Ja, ich hab nix dagegen! What are you doing now? Ich möcht' diesen Weg spielen! Och, Mann! Ihr könnt euch doch mal alle! Jux! Oh, no! Oh, ja! Ach ja, scheiß 0! Ja! Du hast grad' den Blau! Du musst grad' den ziehen! Viel Spaß damit! Glück gehabt! Naja! Lass du wieder an! Ähhh! Ähh! Ähh! Naja! 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 Ob das so klug war? Naja! Ob das so klug war? Naja! Naja! ich habe aber gedrückt gehabt muss ich das bevor ich die karte lege ja ja erst bei zwei karten und dann karte weg alles wusste ich nicht das ist gut sieht gut aus bis jetzt richtung wechseln bitte dass ich den da du hast selber glauben richtungswechsel oder das bringt mir nix er zieht kartengarten geh mal weg danke danke dass ich aussetzen lassen gerne doch gerne doch aus der pause verdient ist echt so das war ja so was ich glaube jetzt werde ich doch zufrieden erst noch keine punkte noch mal wechseln jetzt bin ich gesperrt hat die besten gehabt überhaupt jetzt hat pro wieder ihre karten warum liebst du das muss ich nicht verstehen oder jetzt noch mal ziehen weil du nicht kannst oder hat den kanzler nicht also ja okay okay kein problem du und ich darf gleich noch mal ich bin ja ich bin ja ich kann ja bitte sag mal du willst auch irgendwie hier das crazy mal ein bisschen gewinnt ich hätte jetzt noch mal ein bisschen plus zwei gehabt wird jetzt habe ich leider nichts sinnvolles jungs mittels da fängt ihr mal jedes mal damit an und dann verastet die leute nur wieder man hätte nicht einfach bei der gleichen farbe sagen können dass der jugo ist witzig heute also das war nicht so für den klug ich bin jetzt schon immer unten im finger da wo der klopf kochen das ist natürlich das kam ja in acht dass ich auch machen wir acht weiter das gut ja bitte damit kann ich sogar leben nein ja das ist gut gut für mich wenn er jetzt kann dass er keinen mehr hatte ach ja auch man hast du keine grüne ich bin mir aber leid nicht warte darauf wie sich hier mit ihr kartenwechsel ok so geht es auch naja und dann ziehe ich halt vier karten lass mich vier karten sehen ihr habt nichts dagegen ja wenn ich ab denn gelb jawohl genau gelb ich habe euch alle karten die sind immer noch gut das hat sich von blu 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 das ist doch scheiße man was hast du dir da ausgedenkt ich muss als flieger hat da du denkst das äh so was willst du von der farbe du mit der noch gelbe bin ich gut ich nicht hier stimme ich gerne zu ja nicht gut na wirst du fertig auch ach man das hätte aber auch noch hinten losgehen können ja ich weiß die chance ist statt bei einem viertel riesengroß nein sie hat UNO gesagt nein mach blau ich bin überlegen ob ich richtungswechsel machen soll oder einfach ihre karte Mist ich hätte ich nicht daran erinnert aber dann hätte ich jetzt karten wechseln können ich müsste sowieso ziehen bei den karten deswegen ob sie jetzt zieht oder ob ich ziehe kommt das gleiche raus sag ich doch alter welche farbe rot ok es ist aber ich muss jungen fern das ist eine hässliche farbe ach man ach man ach man bist du blöd ich hab kein geld kauf dir welches leg's doch selber oh das war sowas von klar Foto ach ja ganz toll bis fertig bis fertig bis fertig bis fertig nein 4 500 Punkte oh Gott 500 Punkte alter wie auch so das heißt ich muss nach der runde gewinnen weil ich muss pennen gehen ne 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 du wirst nicht gewinnen das wird noch bis hier das ist echt so du kotzen 4 stunden schlaf schaffe ich das ich glaub ich mach auch krank das macht menschen das geht da kannst du auch so ich da kannst du auch weitermachen jawohl genau das stimmt schon ja wow ja was wo ist mein jägermeister ich nehme die karten ey 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 du bist so ein penner da waren so richtig geile karten oh das hätte ich vielleicht nicht so laut sagen sollen jetzt muss ich auch noch ziehen jetzt muss ich auch noch aussetzen jetzt muss ich auch noch aussetzen das gibt's nicht ähm muss ich wechseln ja weil du hast sie nie hingelegt ist ja egal in dem bruch ja nein du mir auf was kann gleich viel die bessere karten sogar ja hallo blau grün karten vier stück mal gucken wie lange noch so hast du sieben oder was aber irgendetwas hat bestimmt eine ich habe die bringt mir nix okay dann musste ich ja tauschen ja eine person die hat weniger karten ach man das ist doch müll hat es mit froh du bleib hier da bin ich runter aus dem fenster der dreck sagt so jetzt hier haben wir zu 2 verdammt die hatte ich vor noch in weich haben ja ich sag dann bloß musstest du auch keine grün legen danke jetzt sowieso ziehen müssen das gibt dann wenn ihr jetzt nicht die richtung wechselt dann hat man gleich ein problem weil er hat nicht gute karten jetzt direkt der blöde und diesen richtigen da darfst du noch mal dabei zu sehen wenn ich die farben dran kriegt dann ist schon ordentlich welche farbe darfst du sagen jawohl genau so sieht dann aus mäuschen und welt auch wie langweilig dann sperre ich ihn mal gut dass ich noch geld habe ja geht es ja gut okay dann gibt es ja genau auch kommt schon okay alles klar ich dachte schon ich muss ziehen habe ich gerade schon fast eingepinkelt was eingestuhlt so virus dazu noch mal gleich wie viel von den aussitzkarten ja ja mann wir sind nur noch ja und darf ich da oben haben irgendwann das erste mal jetzt die runde war es dezent schnell ja direkt dass keine sieben und runde waren doch wir waren wir haben noch nicht genug geworst du fürs lachen ja 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 für liebe und vaterland ja hallo das finde ich super das ist super das gefällt mir du hast kein rot oder was nein doch mal schön vielleicht hat es ja nacht du bist blöde wieso musste kacken ich arbeite mich echt darunter warte mal wie war das auf der arbeit hoch arbeiten das hast du jetzt gesagt ja wir haben nur eine frau hier das wird schwierig hey ok ich hab's ich hab's aber keine sorge kann ich auch aber da tun wir uns beide ja nix gerade jetzt hat wir uns die schönen karten nein eben nicht ich hab die schönen karten nein er hat wirklich schöne karten keine keine hat mit blau spielen die habe ich ja nicht ist auch schön war ihr auch nicht nicht kann ich ja nicht ganz so gut kannst du bitte auf geld machen ich habe meine karten wieder können bleiben wir schön bei grünen ich würde gerne freiwillig ziehen um das sieben zu kriegen und zu wechseln aber ich glaube es ist doch nicht so ganz lang über grünen sind ja bitte virus ich will nicht mehr ich habe kein bock mehr richtiges mobbing kopf war virus weiß da fällt mir gerade so ein schöner spruch für dich ein lustig und andere und der letzte lebt damit oder was in dem fall finde ich super ich kann die muss gleich wieder ziehen lassen aber ich erst wenn ich da dran bin ob ich eine andere farbe habe ärgerlich jetzt 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 gleich wieder lustig ja jetzt guck mal putzen muss oder ob sie das kann jetzt geht das die scheiß karten hier muss aufziehen hier muss ich wieder los genial die taktik muss ich mir mehr ruhig wird immer ewig ziehen und dann die sieben ausspielen dann tauschen so richtig asozial auch nö geh weg mit der farbe da bleiben wir der farbe ok glück gehabt damit kann ich mich schon eher nicht nur das ja nein er darf ziehen das ist ein guter voraussatz für mich also was soll ich jetzt mit karten crazy ich sehe auch hier da ist noch mal ja das musste ziehen oder was ist auch noch hier der typ der eine blaue karte hatten sie direkt um gleich und nachher ziehen das war so klar und so viel veränderung ist da jetzt gar nicht ja jetzt haben wir nicht oben die schöne karten ja doch da ist auch noch plus zwei dabei ja nur ausspielen müsste noch der farbe grün die gefahr bewährt gesperrt jetzt will ich das spiel auch noch ja genau ganz ehrlich gott sei dank ein bisschen grün dagegen das mikrofon immer weil ich das mikrofon das war schlafen ach weiß was die muss weg bevor sie am anlauf kriegt hier mal seite wechsel danke das gefällt mir jetzt glaube ich nicht was jetzt kommt ist okay danke war ich froh zu sehen dass die karte ich werde morgens apotheke gehen und mich krank schreiben alles klar man ja guck mal der hat nur noch zwei karten keiner hat den hansebänger auf ich hab mich verklübt ja hier ich hab keine manche du verdammte kacke ja ich sag mal ich wünsche mir blau oh alter jetzt hat er genauso viel mit flu scheiße ja ich hätte ihn sperren können jetzt hat er sicher noch rot auf flucht ja 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 freunde des sky stopp 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 aus wir sind ja fertig hier bis zum nächsten mal oder was die freunde sky youtube sports wenn euch diese unterhaltung gefallen hat dann drückt doch einfach mal den daumen hoch oder ne schaltet auch mal bei den meinen kollegen hier vorbei wir werden jetzt öfters mal sowas veranstalten ne freunde ja klar ja fassen sie sich ganz kurz ihr könnt auch mal was sagen ja ich hab doch schon dünne dünne gesagt so also ich würde sagen wir sehen uns bis zum nächsten spiel danke fürs zu sehen SuV euer Virus und CCGE Wa rarely Hu tja x's ou tja u tja Tja e tja u u u u u u